Die Funktionseigenschaften Die Leistungsstarken LED-Lampen machen die Nacht zum Tag. Mit einem Streuwinkel von 60 Grad erkennen Sie Hindernisse sofort. Das hochelastische Drei-Lagen-Laminat schützt Sie perfekt vor Regen und Kälte. Die Bedienung der Lampen Die Stromversorgung, genannt Powerbox, befindet sich in der Jackentasche. Die Powerbox muss immer mit dem LED-Strang verbunden sein. Drücken Sie den Bedienknopf ca. 3 Sekunden. Damit wird die Powerbox aktiviert bzw. deaktiviert. Drei leuchtende Lampen um den Bedienknopf zeigen Ihnen den aktiven Leuchtmodus an. Fällt die verbleibende Batteriekapazität unter ca. 10%, beginnen die drei Statuslampen zu blinken. Ist die Batterie leer, blinken die drei Statuslampen viermal kurz auf. Danach schaltet sich die Powerbox ab. Das Aufladen der Powerbox In der Jackentasche befindet sich ein mitgeliefertes Ladekabel. Verbinden Sie dieses mit der Powerbox und laden Sie die Box an einem USB-Anschluss auf. Während des Ladevorganges leuchtet eine der drei Statuslampen. Nach ca. 3,5 Stunden ist die Powerbox wieder vollständig aufgeladen. Die leuchtende Statuslampe beginnt zu blinken. Entfernen Sie jetzt die Powerbox vom Ladekabel und schließen Sie diese wieder in der Jackentasche an die LED-Lampen. Schon können Sie wieder loslaufen. Das Waschen der Jacke Sie können die Jacke bei 30 Grad ganz normal waschen. Bitte entfernen Sie vor der Wäsche die Powerbox. Die Kabel und LEDs können während der Wäsche einfach in der Jacke bleiben. Die Besonderheiten Ihrer Jacke Im Innenfutter befindet sich auf der linken Seite in Brusthöhe eine kleine Tasche, in der Sie bequem Ihren MP3-Player verstauen können. Damit das Kabel beim Laufen nicht stört, können Sie es mittels einer Führungsschlaufe im Inneren des Kragens zum Ohr führen. Per Klettverschluss lassen sich die verstellbaren Bündchen ganz individuell in der Größe variieren. Durch den feststellbaren Reißverschluss wird auch der Zipper fixiert. Der Reißverschluss mündet in einer Stofflasche. So wird unangenehmes Scheuern am Hals vermieden. Reflektoren sorgen für zusätzliche Sicherheit bei Dunkelheit. Auf der Rückseite der Jacke finden Sie unterhalb des Kragens eine durch einen Klettverschluss verschließbare Lasche zum nachträglichen Anbringen einer Kapuze. Und jetzt viel Spaß mit Ihrer neuen Tau Illuminator Jacket. Bis zum Aufmerksam! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Satelliz positiv Zus frig Image hoacz zu Ehrenplant bei der modelle Mehradoreors க students Mit Taxos scheck. bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020